Hallo liebe Zuschauer dieses Video, die Sarah hat uns was ausgesucht und zwar Fisch, Frisch, Kelly, Juicy, Mango, Pfirsich, Nemo Und zwar Kelly, Kelly, Kelly Familie oder was? Ja, was ist das so Limu oder 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 Sacht? Kalorienarm Also es steht Juice, eigener Juice ist Sacht Oh, ich weiß nicht So, bitte schön, mach mal auf bitte Ja, eine Sekunde, ich hole einen Strohhalm Ich brauche keinen Strohhalm Aber ich So, lieber Zuschauer, da machen wir auf Die Sarah möchte, dass das Video 600 Kilometer lang wird und ich nicht So, Kelly, Tschüss, Ende, Bruss So, ja, Limu, da hat Spudeln, da spudelt so toll Riechen kann ich noch nicht, also ganz Oh, das riecht ich sehr hart Wie riecht das? Das riecht wie wenn man in Decathlon reingeht Was hat Decathlon mit Saft oder Limu zutrafft? Decathlon hat doch immer so einen komischen Geruch so Ach komm, Decathlon mit Saft Wie schön das riecht so Decathlon mit Saft Die Decathlon Wünscht ja die Decathlon, die so Geruch hat Wenn man reingeht, dann hat Jedes Geschäft doch so ein anderes Geruch Das kann dann losgehen Ach, so gefällt dir nicht? Da ist so etwas Zucker drin Nimm dein Schroh an, dass ich dich nicht anstecke Komm, nimm, tschüss So, dann lieber Zuschauer Was ist das für ein Scheiße? Das ist Schorle irgendwas Mango Pfirsich Was ist das auch für ein ekelhafter Geschmack? Das schmeckt gar nicht nach Mango Wer hat das überhaupt gekauft? Moment, ich Aber, welcher Moment war da? Ganz ehrlich Schmeckt das nach Mango oder Pfirsich? Ich weiß nicht, wie Mango oder Pfirsich schmeckt Mango Schmeckt nach Mango? Nein Riecht nach Mango? Riecht nach Decathlon, aber nein Ach komm, bitte Okay, gut, Entschuldigung Riecht nach Mango? Nein Pfirsich? Nein Warum? Das schmeckt ja auch nicht nach Pfirsich Das riecht nach gar nichts Ich kann nicht nach riechen Aber das riecht nichts Und schmeckt nach nichts Es ist so Das ist auch nur Geschmack Und da hat nicht mehr Zucker drin, oder? Kalorienarm Warte, ich lese mal die Zutaten Aber wieso die sagen nicht, dass es leid oder zuckerfrag Zutaten, Wasser 6,3% Was? Wasser Quatsch 6,3% Wasser und der Rest? Meeresfruchtsaft aus Meeresfruchtkonzentrat 1,9% Mango 1,3% Pfirsich 1,2% Zitrone 1% Orange 0,9% Limite Zucher 0,7% Karottensaft aus Karottensaftkonzentrat Ja Ja, aber Das schmeckt nach gar nichts Nix Spudelwasser Aber habt ihr gehört, guck mal Mango 1,9% Und 4 Und 4 sich 1,3% Und 6,3% Wasser Und der Rest Wo ist 6 6,3% Wasser Also wenn wir rechnen 6,6% Plus 1 und 1 und 1 So, sagen wir mal hier 4,5,6 Und 6 12% Okay, dann 12% Zwischen Wasser und Früchte Und der Rest Was? Plastik? Luft? Schokolade? Was? Das ist ein Scheiß Ohne Witz Das ist nichts Das ist Das ist ein Scheiß Dreck Glaub es mir Ey, ohne Witz Das ist nichts Was ist das für ein Produkt? Wer hat das Erlaubt Verkauft zu werden? Also Da steht doch Pfirsich Pfirsich und Mango Da steht auch Karotten drin Warum steht kein Karotten hier? Und kein Limette Und kein Limette Und kein Wasser Ach, kein Wasser Das ist normal Okay Aber Karotten Also Und Limette Und Zitrone Da kann auch Banane drin Und die sagen nichts Davon Also das war ein Einmal und nie wieder Einmal und nie wieder Oder? Für Tisch Gab es noch In anderen Geschmackssorten? Wenn auch Dann das ist auch noch schlimmer Wir probieren hier Weil eigentlich Mango Pfirsich Das soll intensiv sein Also Ekelhaft Ekelhaft Spudel Wasser Mit ein bisschen Zucker Und Farbe Punkt Eklig Gar nichts Gar nichts Also Kelly Kelly Kill Kill me Kill Michy Kill Ja, ciao.